Ich zeige, wie Sie bei einem Android-Handy eine App deinstallieren können. Mein Name ist Pirmin Lenherr. Ich habe hier eine JAS-App, die brauche ich nicht mehr. Und ich will Platz frei machen, also Speicherplatz frei geben auf meinem Handy. Und ich deinstalliere diese App. Wie geht das? Ich ziehe hier zuerst nach unten und nochmals nach unten. So komme ich zum Zahnrad, zu den Einstellungen. Ich klicke hier auf das Zahnrad, so quasi die Systemsteuerung. Und hier gehe ich nach unten und suche nach Apps. Hier, ich sehe, wow, 117 Apps sind bereits installiert, also da muss ich ein bisschen Platz frei machen. Ich klicke auf Apps und das ist hier alphabetisch geordnet. Ich gehe ganz weit nach unten, denn das Ding heisst OPQRST Swiss, irgendwie etwas mit Swiss, JAS-Free. Und ich sehe, das benötigt 44 MB. Das ist nicht wenig, ist auch nicht wahnsinnig viel, aber immerhin 44 MB. Ich klicke hier drauf, auf Deinstallieren. Will ich das wirklich? Jawohl. Und schon ist die Deinstallation abgeschlossen. Und die App befindet sich nicht mehr auf meinem Handy. Das war's.